BVB-Legenden-Derby aus 4 macht 2 fürs Halbfinale. Und diese Jungs wollen alle rein. Es geht weiter. Viertelfinale. Es geht ums Halbfinale. Es ist eine Menge Druck auf dem Kessel. Zu meiner Linken die zwei Gewinner ihrer jeweiligen Runde. Wie zuversichtlich bist du? Ich glaube ich habe eine gute erste Runde gespielt. Ich versuche einfach da meine Leistung anzuknüpfen und den zweiten Sieg zu holen. Klingt nach einem guten Plan. Thomas, du warst wirklich calm und kollektiv. Du hast mir gesagt, das ist der richtige Weg und du hast deinen Runde gewonnen. So, wirst du das wieder tun? Ja, ich werde das wieder tun. Ich werde nichts ändern. Warum sollst du das? Aber es gibt noch eine Sache, die ich darüber sprechen muss. Toto, du spielst mit Michael Sorg, aber du warst nicht wirklich glücklich mit seiner Leistung. Ich habe ihn geändert. Er ist jetzt auf der Bench und jetzt nehme ich den neuen Stefan. Den neuen Mann. Den neuen Mann? Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt gewinnen kann. Den neuen Mann, Stefan Chapuzar. Wir werden sehen, wie es alles aussieht. Es geht schon los, bevor es losgeht. Das bisher internationalste Viertelfinale haben wir jetzt. Und ich bin gespannt, ob der neue Spieler für Toto Hazard jetzt besser performt als sein Sportdirektor in der letzten Runde. Also, wir fangen an. Drei, zwei, eins. Ah, das sieht gut aus. Ich höre Zufriedenheit bei Torgan Hazard. Bisher kaum Fehlwürfe. Es ist ein enges Rennen. Alle sehr konzentriert. Es ist ganz eng. Also, so ein enges Rennen hatten wir bisher noch nicht. Lukas Piszczek leicht in Führung. Dicht gefolgt von Stefan Klos. Und damit haben wir einen Gewinner. Oh, das ist jetzt nur wirklich ein Foto, finde ich. Jetzt muss ich gucken. Nochmal, nochmal. Nochmal. Thomas, wieder einmal. Gleiches Plan, gleiches Resultat. Ich habe dir gesagt, dass ich nichts verändern würde. Und du sagst, nein. Lukas ist der erste. Und ja, nichts verändert. Ja, er war auch immer ein sehr schneller Spieler. Und an zweiter Stelle ein Torwart erneut. Gregor, gute Leistung. War okay, war okay. Nicht zufrieden? Ich habe gehofft, ich könnte wieder einen Sieg einfahren. Aber der Spieler neben mir hat besser auf seine Kugeln aufgepasst, wie der davor. Das heißt, es war nicht so einfach, die Kugeln zu stehlen. Aber ja, vielleicht mal schauen, vielleicht im nächsten Rennen wieder. Ganz genau. Jetzt war Gewinnen auch noch nicht so wichtig. In der nächsten Runde wird es ja dann viel wichtiger. Toto, how satisfied are you with your race? I think it was not the... It was me the problem. I think not the player. Not the player. Yeah, it was me. Okay. There is a apology for Microsoft. That's very good. Very fair of you. Und wir gehen in die Halbfinals.